Komplett andere Welt, Leute, ne? Wisst ihr, mit wem ich heute telefoniert habe? Bruder, wie geht's dir? Mir geht's gut, Lamdula, wie geht's dir? Was ist mit deinem Beinverlänger? Bist du größer geworden? Barolo. Ja, ja. Wie viel Zentimeter größer? 10. Also ich bin noch nicht fertig. Aber wie geht das genau? Wie verlängern die das? Machen die Knochen kaputt? Ja, ja. Aber Aaron, du wirst nie wieder laufen können, ne? So richtig. Nein, nein, ich werd nie wieder laufen können. Deswegen mach ich auch diese OP, Barolo. Nein, nein, ich meine so laufen, laufen. Wie Fußballspieler. Natürlich werd ich laufen können, Bruder. Alles kann ich machen. Wie ein Fußballspieler? Salamu alaikum. Alaikum salam. Hey Aaron, neue Geschichte und so. Wallah, weißt du, was passiert ist? Ich war drei Monate, ich war ein Jahr... Barolo, warum sagst du nicht alaikum salam? Alaikum salam, Bruder, ich hab nicht gehört. Was geht ab, Aaron? Salamu alaikum, gute Besserung. Geht's dir schon besser, Digga? Alhamdulillah, Bruder, viel besser. Allah, ich will Allah, ich war geben. Was mit Ibo? Ibo. Ja, aber lass es sein, ihm ist sein. Ibo hat ich wieder lieb, letzter Zeit. Warte mal, wir reden später, warte mal. Warte mal, ich spreche später. Ich fick den ganzen TikTok. Geh nicht mit meinen Feinden rein, ich fick diesen Hund. Ist der noch bei dir? Nein, ja, der ist nicht hier, ich rede gerade mit Barolo. Barolo, ja, Hobby. Ja. Hey, hey, Patte. Wie geht's Barolo, mein Schatz? Mir geht's gut, Ela und Ela, wie geht's dir? Wer ist dein Feind, wenn ich dran darf? Nein, wegen dieser King Ro. Esser. Ich geh mit denen auch nicht mehr, er will. Warte mal, warte mal, wer ist dieser Ahmed Patron, wer ist das? Oh, der Mann, Munkel, der ist mächtig. Bring mir den rein, guck mal, was ich mit ihm mache. Der hat Kurt Ibo benötigt, der ist ab heute mein bester Freund. Also, also, warte, Mamunkel, Ibo hat von Sinanji zwei Backpfeifen bekommen, stimmt das? Oh, ich guck mal, was für ein paar hier. Nein, was? Was hat das? Er hat mir doch ein Video gezeigt. Ula, der mir zwei Backpfeifen gibt, der gibt es nicht. Hast du verstanden? Ibo, der hat gebocken. Barolo, wie geht's Barolo, was redest du? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo, arrogante Pate ist hier, keiner beleidigt Barolo. Junge, arrogante Pate, du bist King Wonder, aber arrogante. Das ist mir wichtig, Barolo. Ich hab mir Video gezeigt. Leute, gib da sechs Rosen, Leute, sechs Rosen, sechs Rosen. Ich hab dir kein Video gezeigt, glücklich, Barolo. Mal sehen, danke schön. Leute, mach 5000 voll, mach diese Akkord 5000. Dann zeig ich Gesicht und toll. Ibo. Ibo. Du hast was zu sagen, ne, in deiner Stadt, Ibo. Ich hab überall was zu sagen. Nicht meine Stadt, ganz Deutschland hab ich was zu sagen. Hast du verstanden? Ibo, binass zu nehmen. Ich bin gerade, ich komme, ich komme morgen nach Hannover. Wir sehen uns. Komm, du und dich auf Straße 171, Wallah. Samstag, 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 komm, Samstag, wir kommen alle Samstag. Ich bin in Hamburg, ich fahre gleich nach Hamburg, und von Hamburg komme ich nach Hallow. Wallah, du bist so ein Mascara auf TikTok geworden. Ja, Wallah, der größte Mascara. Du, und du bist der größte Verräter, der hättest du in meinem Leben genannt. Ibo, Ibo. Wallah, Ibo. Ibo, Wallah, Villa. Ibo, hörst du mich? Was? Er hört dir nichts, oder was? Jawohl. Ibo, hörst du mich? Der ist schwerhörig, der hört nicht gut. Dann hört es nicht gut. Sag ihn, ich bin in Hamburg, er soll anrufen, wenn er hier ist. Wo bist du? Bist du in Hamburg? Ich bin in Hamburg. Tamam, ich komme gleich. Ey, kann ich mit diesem Abi hinter dir reden, mit diesem Abi? Das ist eine Dose, 355 Milliliter. Das ist nicht 333, sondern 35. Das ist ein bisschen größer Abi. Leute, macht voll, macht voll, 5.000, voll, 5.000. Ey, zeig mal den Abi, ich will ihm was erklären. Ich ruf mit euch. Damit er weiß, was er jetzt so unterstellt. Der Vazaka ist da. Du willst, dass die Flam von Bremen zu dir kommen soll? Und das ist sogar ohne Zucker. Stell dir vor, sag diesem Abi hinter dir, stell dir vor, man tut bei diesem Red Bull einen Mentos. Und er muss drauf sitzen. Wie explodiert das? Wollen wir ein neues Experiment machen? Du bist zweiter Harum, ja. Was hat dieser Mann damit zu tun mit TikTok? Ja, Mann, der tut einen auf Mäschchen dahinten, ja, Wallah. Einen auf Mäschchen dahinten. Tut mir leid, Abi. Tut mir auch ab, Abi. Woher kommst du auf? Wallah, ich will. Abi, die Karte da. Wallah, kann gesperrt werden. Ich weiß. Baralo, ich bin morgen bei dir. Inschallah. Lass uns auf der Straße kämpfen, erst mal. Dann kämpfen. Soll ich mit Rücken kommen, mit Rücken oder ohne? Wallah, du kannst auch mit Rücken kommen. Du kannst auch mit, äh... Bauch kommen, mit Fuß kommen, komm mit was du willst. Du kannst kommen, mit was du willst. Mit Händen. Komm mit Hand. Komm mit was du willst. Ey, Wallah. Bruder, ich will unbedingt diesen, diesen Ahmed Patron haben. Baralo, besorg mir den. Bruder, gib ihm doch gar keine Offenbarkeit. Ist der überhaupt auf die Karte? Ich hab Wörter gehört. Bruder, das brüht mich. Ich hab ihm jetzt noch mal gesagt. So, jetzt noch. Steck mal, also hast du es von seinem Mund gehört? Nein, er hat ein Video gemacht. Ach so. Ich will eine Ansage machen und ich komme nach Köln. Soll er kommen. Junge, Wallah, du bist eine Labertasche. Du laberst nur und machst nichts. Wallah, seh. Du, ey, ey. Jürgen, seh. Du bist seit zwei Jahren passend. Seit ein Jahr. Du bist jeden Tag in dieses Dachgeschoss, du kommst nicht runter. Aber Kürtübo ist unterwegs, ganz in Deutschland. Jeder weiß. Ja, aber nein, willst du Leute packen? Niemand hast du gepackt. Wen hast du gepackt? Nein, nein, sag mir mal, wen hast du gepackt? Ja, ich hab keinen Asch hier rein. Ich kann niemanden packen. Du hast socken gepackt, hast du in deinen Mund getan, du hast Toilettedeckel gelegt. Aber Kürtübo ist Ehrenmann und ist ganz Deutschland unterwegs. Ja, aber hier. Oh, Allah, stabil. Azadi. Ehrenmann. Aber ich bekomme kein Backpfeifen von Sinanji. Wallah, billah, keiner kann Kürtübo was machen. Guck mal, bei TikTok jemand sagt, wir machen diese Sitzung. Guck mal, Barelo, die haben die Bremer, die Bremer haben dir sowas gemacht. Du wirst auf diese Sitzung. Oh, 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 oh. Auf Feuerlöscher. Ist gut. Wird an, aber wird immer größer. Kommt der Erfrischung, kommt der Erfrischung. Kommt der Erfrischung? Barelo, wie schießt er? Kommt vom Mund raus. Hier bekommt Erfrischung, sag ihm mal. Diese Bremer sind gefährlich. Guck mal, auf was Idee die kommen, ja? Ja, die reden aus Erfahrung, Abi. Die reden von Erfahrung. Du hast auch deine Pläne, Wallah, ich traue ihn. Jeder, der große Läder. Ibo, Ibo. Hol dich, gehst du oben, Leute. Hol dich, gehst du oben. Bei Barelo ist schwer, einen Gegenantwort zu geben. Junge, was sammeln die da alles? Wallah, die haben alles da. Leute, folgen alle durch. Macht die 5000 Follower voll. Mein alter Account ist gesperrt worden. Macht die Rosen voll, Leute, kommt. Macht die Rosen voll, Leute, und macht Account voll. Oha, jetzt haben die sowas geholt. Macht 5000 Follower. Aha. Wallah, das ist mit Klima, ja? Ja. Mit Klimaanlage. Aber die Abis sehen gefährlich aus, die Abis. Wallah, die Abis sind sehr gefährlich. Hey, ey, Ibo, Ibo. Wer ist der Typ, wo ich telefoniert habe, wo ich aufstehen musste? Direkt. Nein, lass mal. Wer ist das, wer ist das? Du kennst ihn sehr gut. Mal zwei. Hm. Wallah, der holt dich ab. Der holt dich sofort ab. Wallah, der holt dich ab. Ich weiß, ich will auch nichts Schlimmes über ihn. Wallah, der ist ein Abi von mir. Da, Mann, wenn du sagst, es ist mein Abi, da. Jups, fight ihn, danke schön. Mal zwei, Leute, jetzt komm, gib Gas, Leute. Mal zwei, Leute, mal zwei. Abudi, dank, Abudi. Weiter, 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 Leute, alles doppelt. Alles doppelt, Leute, alles doppelt. Ich weiß, was er hat. Ich folge diesen Account durch. Wallah, ich sag dir, Barelo, wenn ich über ihn mal ein Fall gesagt, ich sag, Wallah, der holt dich ab. Nein, ich sag dir, immer... Hallo, Bruder, ich geh nach der... Hey, Marc, ich komm noch. Ich komm noch mit mir nach Berlin. Alter, was ist das? Den größten Maskaras da gewesen. Mit anderen Leuten und so. Guck mal, ich habe eine Frage. Letztens habe ich telefoniert mit einem Typen und da war ein krasser Typ. Ich musste direkt aufstehen und ich hatte Angst, bin ich ehrlich, deswegen bin ich aufgestanden. Aber der Typ hat Schema erzählt, Barelo steht für mich direkt auf und der hat das aufgenommen, glaube ich. Warum macht er das? Wallah, weiß ich nicht. Weil Schema hat mir gestern gesagt, Schema hat mir gestern gesagt, du bist für einen Typen aufgestanden, privat sogar. Ja, respektvoll. Der ist kein... Der ist unser Abi, der ist auch Arafat-Alter und du hast nicht was falsch gemacht, du hast was richtig gemacht. Aber macht der Maskara jetzt auf mich oder wie? Nein, nein, niemals. Niemals. Okay. Niemals. Bitte Tipp. Komm mir. Guck mal, der ist bekannt, bei uns gleich sehr bekannt, ist auch eine von einer Achiret-Race, der Führer ist das. Nicht schießen. Warum soll der Maschiret-Race machen? Er mag dich auch. Achiret? Ja. Wallah, der ist mächtig. Kannst du den einmal live bringen, bitte? Einmal im Leben. Ja, mit mir kann er kommen, kommt er. Hier deine Rose. Ist der okay? Wann bist du neben ihm? Ich bin Freitag, morgen. Er hat mich sogar gestern angerufen. Wie heißt der? Wohin, ich dachte, er hat mich. Nein, nein, nein. Aber der war Mardinli, ne? Mardinli war der. Warte, ich ruf ihn an, wenn du willst. Ruf ihn an, ruf ihn an. Bring ihn mal, bitte. Lass ein bisschen Maskara auf ihn machen. Lass auf ihn ein bisschen Maskara machen, das auf sein Leben nicht mehr klar kommt. Weil der war mächtig. Wallah, ich bin direkt aufgestanden. Privat sogar. Lass Maskara auf ihn machen. Ivo? Ivo, lass Maskara auf ihn machen, weil du bist der größte Maskara auf ihn. Ich habe gesagt, können wir auf ihn Maskara machen, oder können wir nicht? Du Eiri, du bist der größte Maskara und nach dir kommen die anderen Maskara. Ich habe alles gehört, was du geredet hast. Ich habe Spaß gemacht. Ich weiß, dein Spaß. Aber was hast du, wenn ich bei dir bin? Und weißt du, was geil ist? Ich weiß, wo du wohnst. Aber ich komme doch nicht raus, Abi. Aber ich komme hoch. Ich mache die Türen kaputt. Aber ich rufe die Polizei an, bis du oben kommst. Meinst du, ich habe Angst vor der Polizei? Junge, ich wohne 15. Stock, bis du da oben kommst. Sein Luft ist weg. Polizei, bis es kommt, dauert drei Minuten. Ich bin in einem Minuten schon bei dir drin. Zwei Minuten habe ich Zeit. In zwei Minuten bist du aufwunden. Ich brauche für dich, ich brauche für dich noch zwei Minuten. Ich brauche nicht eine Minute. In einem Minuten bist du K.O. Okay, tut mir leid, Abi. Dann nehmen wir zurück. Okay. Was hättest du da wieder? Sackenbock, den brauche ich auch. Zeig mal deinen Bauch. Hast du trainierst deinen Bauch? Ja. Wow, Abi. Abi Heiran. Sind du Abi Heiran? Ja, klar. Was brauchst du Abi Heiran? Das bedeutet Abi auf 355 Milliliter. Maschallah. Jetzt hast du den Harun nicht mehr. Jetzt musst du wieder selber anfangen. Hast du das gemerkt? Ja, egal. Junge, wo sind deine Hunde? Sind die nicht mehr da? Barallo, Harun. Einer schlägt. Du dir. Allah, du ist geil, ja. Biaatsköpäck, sah? Du dir. Du dir. Du dir. Du dir. Alle Scheiben und Schema. Barallo, Barallo, sag mal ehrlich. Wer ist King in TikTok? Es gibt nur zwei, du und ich. Das ist das Wichtigste. Andere interessieren uns nicht. Alle andere unterteilt. Die Battle-Bownden, was ist der Tag, dass sie mit uns live können? Stimmt oder nicht? Stimmt oder prozentig. Alle andere TikToker unter dein Eri und unter mein Eri. Bist du dabei? Alle unter dein Eri sein. Meine Eri sind schon schwer. Lass mal lieber bei dir. Wie viel wiegt bei dir? Wallah, sehr. Du wirst dich schon spüren bei Boxen. Weil, wenn ich auf deinem Kopf sitze, wirst du dich schon spüren. Vertrauen mir. Aber kann ich das anders spüren, Abi? Kannst du mir in Gott geben? Das ist Tafeln. So was machen wir nicht. Das passt. Was muss ich? Was ist der Neu? Abi, soll ich Geschichte erzählen, was du alles gemacht hast? Mit... Wie, du machst sowas nicht? Mit anderen Typen im Knast. Lass mal diese Politik. Guck mal, über sowas. Ich habe nicht kein Eifel. Wir reden über sowas. Okay, du hast recht. Wallah, ich habe über das Lieben. Wallah, nein. Alles hat seine Grenzen, aber über... Ah, ich mache es schon so. Ich bin 40 Jahre alt. Passt mir nicht. Ja, Wallah, ich bin ein bisschen besoffen. Ich bin ein bisschen besoffen. Ich weiß nicht, was ich sage. Wallah. Du musst zwei Nase ziehen und dann kommst du runter. Redest du aus Erwartung, Amit? Baralo, ich habe gehört, die haben dich... Hamid hat über... Du hast auf Tisch einen Leine gehaftet. Stimmt das? Aleikum salam, Mann. Nein, stimmt nicht. Hamid hat mir das erzählt. Er macht Spaß. Er macht Spaß. Nein, ein Bruder, man hat richtig gesehen. Ich kiss sein Herz. Baralo, ist nicht schlimm. Du bist noch jung. Genieß dein Leben. Aber halt immer Abstand vom Düldo. Düldo ist nicht gut. Mach alles, aber kein Düldo. Okay, Abi. Guck mal, ich sage dir nochmal. Mein Bruder. Du weißt, wie ich dich liebe. Du weißt, bis zum Tod. Aber... Aber eins darfst du nicht vergessen. Keiner kann Kürtübo einen Klatsch geben. Und dann, was hat er dir gegeben? Er meinte, warum bleibst du meiner Mutter... Was hat meine Mutter damit zu tun? Und ich meinte, Sinan, du bist selber schuld. Ich möchte auch nicht darüber viel reden. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Und sein Bruder wollte ein Video machen. Ich meinte, hör mal zu. Wenn du dieses Video irgendwo postest, ich werde dich finden, dann hat er sich mir gegenüber. Arroganter war auch neben mir. Ich meinte, guck mal... Aber du hast gesagt, Arroganter hat dich gelingt. Hat dich gelockt. Wie deine Rose. Du wolltest dich für Arroganter treffen. Der lügt, Wallah. Sinan, er hat mir Sprachnotis geschickt. Wallah, der soll nicht Arroganter werden, der wollte dich schlagen. Wer? Sinan, Wallah. Lass mal die Spur. Soll ich dir... Willst du hören? Bruder, keiner kann Kürtübo schlagen. Ja, aber ey, Pagano soll ich dir ehrlich sagen? Lass mal. Du hast mir gesagt, du wirst nicht weit kommen. Keiner. Keiner's machen. Keiner. Wir werden dir auch niemals rauskommen. Bruder, bring mal kurz Arroganter. Bruder, lass mal, ist in deinem Film. Arroganter? Ist weg, ist weg. Ich will dir nur eins sagen. Guck mal, auf diesen Film habe ich keine Zeit. Ich bin ein anderes Level, ihr seid ein anderes Level. Verstehst du, was ich meine? Mit Kürtübo könnt ihr nicht diese Level spielen. Ich lebe zu sterben. Ihr liebt die Liebe, ich lebe zu sterben. Deswegen ist es ein Unterschied. Was? Also, ich sage Keri. Aber das mag alles nicht, was du gerade gesagt hast. Ich meine, ihr liebt die Leben und ich liebe zu sterben. Das ist ein Unterschied zwischen uns. Hast du verstanden? Nein. Du willst doch noch leben, stimmt oder nicht? Ja. Und ich bin bereit zu sterben. Zitat wende. Wer einer sterben will, kann gerne zu mir kommen. Bruder, deine Zitate haben eine Bedeutung. Aber du erzählst mir Sonderschüler. Die haben Bedeutung, aber du kannst das nicht gut. Guck mal, du kannst mir gerne. Guck mal, du kannst mir gerne deinen Standort schicken. Wenn ich nicht komme, ich bin kein Mann. Aber ich komme mit dem Rücken. Ja, wann bist du einmal allein zu mir gekommen? Ich glaube, ich bin ernst. Du willst doch eins gegen eins kämpfen. Komm, wir kämpfen. Ich komme morgen nach Hannover. Nein, nicht auf der Straße, vallah. Warum? Auf der Straße ist es noch ein Sondag, es macht noch mehr Spaß. Alles abtippen, was ist los? Ja, vallah, Kurdi boys hier. Du darfst, du darfst, du darfst, du darfst. Guck mal, Barallo, vallah, jeder ballert bei den Rhein hier. Hey, gestern, hast du Yassir gesehen, wie der verloren hat? Nein. Oh, er hat gegen mich, ich hatte 84.000 Punkte gehabt. Er hatte 40.000 gehabt. Er musste Chips essen. Bruder, Kürtubo ist nicht mehr wie früher. Alles hat sich geändert. Alles ändert sich, aber niemals Sibo. Bruder, wo ist Mobunus? Ich sehe ihn nie mehr. Wo ist er denn? Doch, er kommt gleich wie ein Dank. Ja, aber mit wem? Mit mir, mit anderen. Oh, ich habe noch nie gesehen. Ich sehe ihn nur mit Becker am Bett. Aber stabil, nein, Bruder, ist so gut. So weitermachen. Besser, Bälle zu machen, als betteln. Sollen betteln, ist so gut. Besser, Bälle zu machen, als zu betteln? Was glaubst du? Ich meine, wir sollen doch Geld verdienen. Jeder kommt hier rein und will Geld verdienen. Stimmt oder nicht? Hey, Barallo. Warum machst du das? Ja, Barallo, du TikTok-Bettler. Wie geht's dir, Barallo? Komm mal her. Kappi, du TikTok-Bettler, wie geht's dir? Arrogant, Arrogant. Komm mal kurz, Wallah. Ich habe keinen Bock auf sowas. Ich habe zu tun. Erzähl. Ich habe vorhin kurz mit Sinan telefoniert. Ich habe gesagt, was gibt es für ein Video mit Ibu? Er meinte, zwei Backpfeifen. Also du hast ein Video. Stimmt das? Nein. Also ja, stimmt nicht. Also ja, hat er gesagt, stimmt nicht. Wollah, lass mal diese Filme. Ich mag diese Filme. Ja, oder nein? Lass mal diese Maschara. Guck mal, willst du wieder Maschara machen? Ich sage dir, der mir jemand mehr Klatsch gibt, ich werde ihn nicht mehr allein lassen. Ich werde ihn jagen. Aber Sinan, habe ich mit ihm geklärt? Also Sinan hat gesagt, Wallah, billah, der Sinan hat gesagt, Wallah, bin ich da. Ich habe ihn nicht geschlagen. Ja, ja, ist ja. Wallah, Wallah. Buradag, wir können die Tür, die man schlagen. Ja, hau, hau, hau. Wallah, mach extra. Ich will mich noch aufgeben. Ich will mich noch aufgeben. Ich will mich noch aufgeben. Ja, ich will mich noch aufgeben. Ja, ich will mich noch aufgeben. Bache, dass du TikTok-Battle hat. Wallah, bache, dass du nicht. Aber du, wo das? Lutschflutti, hierzu, was? Aua, Aua. Hey, Aua, Aua. Lutschflutti, Aua, 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 Ibu. Hey, siehst du, was er macht mit dir? Er meint dich, er meint dich. Damit meint er dich. Ich werde dir so geben. Wie geht's dir, Bruder? Bruder, der liebt dich. Wallah, der liebt dich. Guck mal, er hat mir gestern noch mal gesagt, bitte. Barelo, ich liebe Barelo, sagt er. Warum liebt er dich? Warum? Wir haben ganz am Anfang angefangen mit Betteln und so. Ja. Ich bin schon arrogant am Bettel erfunden. Wallah, ey. Komm doch rein. Er ist live, er ist live. Ich hab keinen Problem. Wallah, ich weiß nicht, magst du ihn, sag mal ehrlich? Wie viel habe ich verloren? Wie viel habe ich gerade verloren? Gerade? 2000. Was? Neustach, Bruder. Neustach? 2700 bin ich schon. Und es soll TikTok gehen. Ja, Wallah, weißt du, der geht TikTok. Er hat gerade 2700 verloren. Ja, Bruder. Wallah, Barelo, 10 Stunden verdient. Also nicht so viel Geld. Verdienst du 2,7 am Tag? Ja, ist hier. Nein. Ey, Barelo, hast du schon mal jemanden? Habib, assalamu alaikum. Wie geht's, Bruder? Ich hab dir Kurtibo geholt, ja? Wallah, billah, ich hab dir Kurtibo geholt. Salamu alaikum, mein Bruder. Wo ist die Abbe? Ja, Abbe ist sie, ja. Aber Kurtibo ist auch hier, ja? Wallah, der will nicht mit dir reden. Bruder, lass mich nur. Ich mach gerade mein Lauf. Geh doch weg von mir, ja? Wallah, was ist das? Ich komm gleich, man. Ich komm von dir nicht. Wir machen hoch und wir machen runter. Nein, nein. Wallah, ihr beide passen. RBG, RBG, ich liebe dich. Komm mal live, sagt der Barelo. Ich hab keinen Bock auf dir, Wallah. Wie du auch sagst. Wallah, ich mag Barelo, ich liebe ihn, aber ich hab keinen Bock auf ihn. Was machen? Wallah, kein Bock auf dich. Ich fixe sein Film. Mein Film läuft bei dir auch rein. Du, Magic. Der ist gegangen, der ist wieder, gell? Ich hab gesagt, du bist besser. Nein, nein. Aber warum gibt's, ey? Ibu, warum gibt's in Finale? Du gibst in Finale, Wallah. Wallah, was hab ich damit zu tun? Wallah, lass ihn leben. Er ist glücklich mit seinem Leben. Der macht seinen Rap. Er verdient sein Geld. Lass ihn genießen. Ist er ein Weber? Der sagt, hey, der sagt, ich bin Rapper. Du bin nah, der sagt, ich bin Rapper, Wallah. Ich küsse dein Herz. Barelo, du schlüsselst mir eine Brille. Okay, wir müssen reinmachen, glaube ich, zwischen Aros und Aros. Diese Brille, was ich hatte, ist kaputt gegangen. Du musst mir eine Brille holen. Versprochen? Ein Mann, ein Wort? Ein Mann, ein Wort, Wallah, versprochen. Ich küsse dein Herz, mein Wunder. Was macht nichts? Was macht Rapper und Yasser? Siehst du dich? Ja, die Bette laufen. Wie geht's? Auf 14. Wallah, guck mal, gerade alle Scheiben. Wallah, ihr beide seid die Besten. So viel Verlust, ich war auf Koran, ich hab der Frau 50 Euro geschehen. Ich weiß. Gebt ihr was, Haram. Wir holen den Tali auch, Tali auch. Bruder, er weiß, dass ich mit dir live wieder geht und kommt. Der geht und kommt. Wer? Baralo, warum gehst du nicht so um, Mann? Warum? Wollah, geh doch mal, dass du ein bisschen deinen Faden aufgehst. Baralo, der ist auch Alpana. Ich kann niemanden. Wer istvos? Wer ist池ac? Kannst du. Mir. Mir说 es dir, Mir. Ich treu fortune. Was noch von unserem Land gesagt? Der Präsident ist wie alt тогда. Passchool. Der Präsident ist wie alt, er etwas百 Он. Er importa also die Shkap tiny aus dem, es genau richtig. Es war er nicht in, wir können. The Shkap kleine aus dem Landandal. Wo ist Unterstützung? Das ist gut. Ich bin hier auch bei Albaner Besuch, ich bin auch hier in Hamburg. Wallah, ich bin nur mit Albaner, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Barak, wo bist du? In welcher Stadt kommst du denn? Ich komme aus Bremen. Ich meine Heimat, Heimat. Ja, Teherona, ich bin Teherans Land. Wo ist das? Teherana, Teherana. Aus meiner Stadt kommt er, ich komme aus Teherana. Teherana, Teherana. Barak, zeig ihm mal diese Dose. Zeig ihm Dose. Nein, wir wollen Dose zeigen. Ich zeig nicht gleich Dose, ich zeig dir mein Eri gleich. Zeigst du Flaschen und Dings. Aber zu deinem Land zeigst du nicht. Du bist auch eine, du hast 100 Gesichter. Hey, Kürschung, die alle mir bei Ello. Kürsch, Kürsch, Kürsch. Kürsch, 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 Kürsch. Kürsch, Kürsch, Kürsch. Mit einem Fan. Mit einem Fan. Mit einem Fan, ne? Seid Posten hier, Timo. Er wird von mir so Schläge kriegen. Kannst du hier? Wegen diese Wörter, was du redest. Wenn du alle hast, rede mal auf Deutsch. Geht mir schon, geht mir. Ich habe doch nichts Stimmes gesagt. Guck mal, wallah, guck mal. Ich bin hier gerade auch mit dir. Wallah, nur. Mein anderer Bruder Albaner ist auch gerade hier. Guck mal, heute Abend, wir sind in Hamburg. Die beste Steg ist mein Name. Bei Albaner. Du bist eingeladen, wenn du willst, komm. Inshaallah, inshaallah. Bruder, ich versteh dich nicht. Warum kommst du nicht mit Kürt über raus? Bruder, dein Schutz ist bei mir. Wer traut dich durch die Anfassung? Aber sag mal, wenn Sinanji kommt und will mich hauen. Wie willst du mich schützen von Sinanji? Bruder, weißt du, was er gesagt hat? Du, du redest immer jeden Tag mit Sinanji. Er hat nur gut über dich geredet, ehrlich. Oder nicht, Barello? Hast du gute Sachen gesagt oder nicht? Ja, natürlich, ich schrei doch nur gute Sachen über ihn. Oh, Bro. Ich bin immer privat. Ich bin immer privat. Barello, ich will dir nur eins sagen. Bleib so, wie du bist. Jogi, jeden Tag willst du mir nur eins sagen, Junge. Du hast Tausende gesagt. Wallah. Hab ich von dir gelernt. Kennst du das? Mal drei Leute. Kennst du das? Machst du ewig leben, Barello? Nein, mag ich nicht. Gott sei Dank, es gibt einen Tod. Alles haben, alles haben, alles haben. Jurida, danke, der aus 67, danke. Mach dir Rosenfuhl. Baki, danke, danke an ihn. Ich küsse dein Ernst. Ich könnte dir nicht ein Leben vorstellen für immer. Leben, Wallah. Ibo, Zaza, Ehre, Mann, Wallah. Wallah, Ibo. Ja. Alles haben, alles haben, alles haben. Sei ein Mann, Ibo, komm eins gegen eins mit mir, Wallah. Was? Du und dich eins gegen eins auf Straße, Wallah. Wallah, ich bin bereit. Sag Wallah. Wallah, wann du willst. Okay, sag deine Meinung zu Umut. Er hat dich gestern beleidigt. Umut hat mich beleidigt? Ja. Wallah, ich kriege die schlimmste Ansage, was es gibt. Ich werde heute, ab heute habe ich gesagt, ich werde eiskalt beleidigen. Und wer sterben will, kann gerne kommen zu mir. Danke. Jetzt mal drei Leute, kommt. Jeder der Gast wird gepusht, Leute. Kommt. Da ist allesvals than, das zum Beispiel aus. cos – Yu softer gefallen. Mit Präsident? Du noch etwas haben, du gerл's erschrocken. Mas ich habe das zu stehen. Mu ist aber nicht gemeinsam zu Hause, stehen zuen. Nein, Sandra, hashid. Aber ich mache das zu können. Wir machen zusammen und da müssen Gottes. Wir machen zusammen. Ich gehe mit you Daher aus. L speed ist, Sie gleich zu. Ente ich zu diesen dann wieder. Arrogante, erzähl mal mit Ibo, patsch, patsch, mit Ibo, patsch, patsch, erzähl mal. Hey, lass mal den Ibo ärgern, lass mal Ibo ärgern, Bagallo. Okay, gib Gas, habibikurt, Ibo, wallah. Habib, ich küsse deine Seele, dein Magen, von deinem Magen die Seele hol ich raus. Oha, und was macht ihr denn? Stell dir Fuß in Bagallo, ich bin nicht. Arrogante, du fustin Bagallo, mas je fit mege, verösepil. Du fustin Bagallo. Ey, vallam. Fote, fote Ibo, n'depo, 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 e jepi ni dildo toolet për mbi. Lene, nema kte ma por, amma du fustin, batte da fustin Bagallo, du fustin, da gudim. Fote, fote ja koken, n'shole, fote ja koken, kti Ibo. Shole dja fusti koken. Lane, giden, du, 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 du. Lane, du, du. Willst du mich heiraten oder was? Nein, ich kann dir das klären, Bruder, Kürtibus hat die Weile, Leute. Wenn du Aufenthalt brauchst, sag mir, Bruder, schäm dich nicht. Egal, was du in Deutschland, in Europa brauchst, Kürtibus ist doch da. Willst du ausländer Behörde geworden, oder was? Ich hab alles da, was du willst. Hast du Nase? Bruder, ey, ich rede mit dir normal, du redest mir. Ich frage dich nur, weil du sagst alles. Wegen euren Chatter, ich werde mein Leben nichts mehr anfassen, nur wegen diesen Wörtern. Das bräuchert mich. Egal, was ich mache, egal, was ich tue, alle schreiben. Ich werde jetzt auch wie Yasser machen, ich werde ab 6 Euro. Soll keiner mehr bei mir reinkommen. Nein, er will nicht. Alles mal 3, ey, jetzt alles mal 3. Und du hast was zu sagen in deiner Stadt, wallah, keiner kann was. Nein, wallah, du hast was zu sagen, 24 Rosen, alles zusammen. Alles haben, alles haben, alles haben, alles haben, alles haben, alles haben, alles haben. Löwen seid ihr, Löwen. Danke, danke. jetzt noch zwei noch zwei noch zwei noch zwei jetzt alles mal drei alles zusammen zeigt mal drei leute kommt für die bohle ist für euch alle da alles danke weiter an allen alle die werden alle drei leute gemacht bitte drei leute kommt zehn punkte wie 30.000 leute da sind nicht viele leute alles immer drei sandhut danke leute guck mal er ist vorne leute weiter 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 alles mal drei leute danke danke ccp danke ccp danke du ihrem mann ccp alle ccp der eke weiter weiter mal drei mal drei leute mal drei jetzt dein herz ihre männer weiter 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 lass mal gegen den gewinn ja leute vorteile ccp der eke und rane ccp danke du ihrem mann am sonntag wir machen alles mal fünf ich habe mit meinen leuten geredet am sonntag machen wir den großen big match mit chips ich bringe chips wie viel chips essen kannst du fünf stück essen ja ich komme zu dir nach hannover wir machen zusammen ich bringe die chips original oder du kommst mir ja danke laura ich küsse ein herz laura ist auch albanerin kommen alle albaner sind mit mir alle albaner ich bin mehr alban als du ich war sogar ich war sogar ich war in kosovo ich war in deinem stand wala wala geil mein kurdische bruder mein libanese bruder mein türkische bruder mein tschetschenische bruder meine marokkanische bruder alle völker außer parallel ich küsse dein herz alles 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 Weiter, weiter, weiter! Alles auf, alles auf, alles auf, alles auf! Der EKZP-Folgen und Giovanni. Alles auf, alles auf, alles auf, alles auf, alles auf! Ich küsse dein Herz, Bruder! Alles auf, alles auf, alles auf! Da, Löwen seid ihr! Wir kommen nach Hamburg gleich, glaube ich! Jetzt! Ich küsse dein Herz an alle, die gespendet haben! Hegemänner, Wallah! Bist du gleich im Laden? Wallah, Hegemann! Leute, alle der EKZP-Folgen und Giovanni! Und David, danke! Siehst du, du hast keine Chance gegen mich! Äh, nein, die Leute sagen, es ist noch zufrieden! Äh, was anderes! Du hast keine Chance gegen mich! Vertrau mir! Wenn du um was spielst, du hast keine Chance! Komm, wir spielen um, Kopf in die Toilette! Perlira, Kopf in die Toilette! Habibi, wir werden uns lieber Kugel geben, als unseren Kopf in die Toilette zu schiepfen! Du machst das! Aber ich weiß! Aber Kürtübo niemals! Ja, okay! Sag mir, gib dir einen Stich! Mach ich! Aber sag mir sowas! Das passt mir nicht! Okay! Tut mir leid, Abi! Tut mir leid, Abi! Tut mir leid, Abi! Gehen wir? Ja, wir gehen! Die Limousine wartet Richtung... So, mein Albanischer Bruder gekommen, wir gehen! Wir gehen jetzt nach Hamburg! An Olympi! Wir holen! Vühren die sich in die Ferien! Oh ja! Wir gehen in die Ferien! Danke für alles! Ich will das, was ihr? Ich weiß, was ihr kommt? Das kommt wieder? Ich will dieu. Wir gehen in die Ferien, was ihr in die Ferien? Trachten, wir gehen alle! Ich will das alles. Da lachst du, he? Da guckst du, he? Ich lache, ich lache, guck mal. Aber was ist denn so? Hey, guck mal, wie krass das ist. Dein ganzes Leben, hast du nichts erreicht? Einfach mit 40, kommst du auf TikTok mit mir live und die Leute machen Fotos mit dir, Wallah. Einfach mit 40, Wallah. Da merkt man, wenn Allah was geschrieben hat, dann kommt es mit 40, mit 50. Einfach, Junge, einfach interessant, Wallah. Das Leben ist so easy, einfach. Guck mal, ich hab das gerade wieder gesehen. Die Leute feiern mich, die sagen, Kürtibo, du bist ein Mann. Die machen Mascara auf dich, Wallah. Nein, Wallah, keiner macht Mascara. Wallah, und alle Leute lieben mich. Alle, alle. Wallah? Wallah, alle lieben mich. Wo ist Arrogante? Bokofra oder diese, diese, diese? Er fickt aus Geld seine Mutter, Wallah. Junge, und dann verlangt er von, äh, 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 wie nennt man die? Von Schirr in 6 Euro, hat Schema gesagt. Ich bin hier nach, nach diesem Kommen wegen Albaner. Weißt du, die haben mich eingeladen. Ein sehr sterile Mann. Das Auto hier? Warum? Oder weißt du es nicht? Das ist doch Achmed deine Autorin. Komm nicht da durch. Nein, aber auch. Na, aber auch nicht. Was ist wirklich? Nein, aber auch nicht. Nein, aber auch nicht. Was ist denn, was ist denn? Nein. Was ist denn, was ist denn? Nein, was ist denn? Leider, ich bin nicht durchpasser. Ich komme nicht da durch. Wie kommst du nicht durch? Ich nehme ich dich. Über 5,5 vom TikTok gegriffen sogar. Ich habe dich. Ich, ich nehme dich jetzt. Ich nehme dich. Baralo! Baralo soll die helfen. Nicht, nicht. Baralo kann die auch, einfach. Nein, aber auch nicht, baralo kann die auch. Baralo soll die helfen. Baralo soll die helfen. oder die will ich einfach raus liebst du mich oder mag ich finde mit dir einmal im leben rumlecken als erfahrung lassen man diese politik ja ja okay ich mag dich ich mag dich ich bin eingeladen willst du auch kommen wo gießen auch keine ahnung ein bisschen weiter der boss von gießen ich bin da eingeladen ist auch nicht kommen inschaallah aber sind das richtige bossen oder sind maskara boss oder guck mal wenn du so redet ja guck mal du warst mit zusammen das sind alle brüder ach so geht das wusste ich nicht tut mir leid ich wusste nicht laura ist kustan herz barellu ist nicht langweilig kannst du auch zu sagen doch abonni ich hab kumma was kann langsam albana sind ima mit mir wir holen dich hab barellu bora te zotin e moll por zotin hajde e burg jena ja jita shqiptar ime eropte shpises jena me ty por zotin e mbora bora abana aus hamburg un ja garanti un ja garanti zelpa me dain fortzelwo hajde po teshe por zotin hajde sy dush pote ko po pate ko po pate akouvi inshaallah po bote garanti ti se pos e bote garanti ska me qabue atje oh lal china jene a 500 vete nn hamburg i gjeta shqiptarim mobru po hajten valla kumma was vi aojte hey hey ich bin nur mit albaner ich habe noch nie gesehen dass du für eine albaner einmal irgendwo eingeladen ich kann verstehen ich bin für albaner mascara gewonnen genau wie du für alle alle lachen sich gerade kaputt alle schreibe ja natürlich lachen die sich kaputt wir sind beide masker gewonnen aber nicht hier auch wegen deinem namen mit 23 23 masker sein okay aber mit 40 und immer noch mal was das ist meine polize die malen aber meine namen ich bin für meine namen ich bin für meine namen abwander Ey, ey, weißt du, bei Allah, ich sag dir was, wenn du wüsstest, zu wem der Vater von ihm gehört, wallah, Bila. Die halbzeit fließt, wallah, Ende muss ich dir geben. Ach, geht dir leid, wallah, ich sag doch nicht, wo, aber. Musst er provokommen, hopp, ey, hopp, musst er provokommen. Wollah, mein Vater macht keinen Spaß, wallah, macht keinen Spaß, hör auf, mein. Ich weiß, ich weiß, wollah. Wenn er hört, wallah, ich muss. Hör auf, heibisch das, ja. Wollah, bitte, ein bisschen mehr Männlichkeit, ja, übertreibst du die Lage hin. Ja, wallah, du hast zwei, ich, wallah. Brunah, für meinen Vater sterbe ich, wallah. Ich weiß, wallah, ich weiß. Oma, Kürt-Märth hat entschieden, dass du leben sollst. Ich wollte auf Bühne dir geben, eiskalt. Ich meine, sei ernst, wallah, ich meine ernst. Ich wollte nicht mit gehen boxen, ich wollte dir eiskalt ganze Europa, ganze Welt zeigen, der Kürt-i-Boys. Überleg dir mal, wenn ich dir gegeben hätte, bam, 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 im Kinn. Boah, du gehst direkt Janneth. Warum? Du gehst schon nett, Bruder. Worf willst du das wissen? Wenn ein Muslim, ein Muslim tötet, er geht schon nett. Nein, sonst, hä, nein. Aber was ist mit deinem Geld, Bruder? Lass mal diese Sache klären, mit diesem Geld. Mit deiner Rose. Wallah, ich, ich gebe dir, ich gebe dir mein Konto, mein Konto. Ich gebe dir mein Sparkasse-Konto. Ja, Mann, weil mein Hack ist auch da drin, nicht, dass du vergesst. Aber, Ibu Abi, da sind auch rote Zeppern und so, ne? Da musst du auch Schulden ein bisschen zahlen. Nee, deine Rose. Warum macht ihr mit deinem Mascara-Foto? Das ist eine Männlichkeit. Die Kinder sagen, wir lieben dich. Auf einmal wollte ich dich beleidigen. Nein, lieb ihn, lieb ihn auch. Und, Ibu, ich habe eine Frage. Was ist mit Harun eigentlich? Harun, der ist gerade nach Türkei, habe ich gehört. Ist der schon weg? Ich weiß nicht, wo der ist, Wallah, ich weiß nicht. Wallah, guck mal, die haben über TikTok gewusst, dass ich hier bin. Boah, Alter. Wie bekannt er ist, ja, Wallah, wie bekannt er ist. Einzige, du, ich will dir auch mal der Autogramm geben. Was machst du, Briemen? Wallah, hier, mein albanischer Bruder. Mein Gott, Samet. Samet, bin dir gefreut, Samet. Danke, weiter, weiter, mal drei. Dabso, du bist ein Irrmann, Wallah. Weiter, Leute. Alle spenden, mein Gott, wir wollen nicht spenden. Du jetzt. Bra, danke, Alpo, danke. Mal drei, Leute, meine drei. Mir, danke, danke. Meine Mutter, ey. Ich gehst dein Herz. Monty Kiosk, bin dir gefreut, Monty Kiosk. Lieber, meine Mutter war und seine Mutter war. Sag so, Barallo, sag so, Barallo. Oder sag noch mal, sag noch mal. Lieber, meine Mutter war, Barallo, deine Mutter soll weinen. Wallah, Billah, Billah. Aber Ende, sowieso, du wirst sterben, ich werde in Gefängnis gehen, meine Mutter war, deine Mutter war. Ist das so? Ich glaube, am Ende, am Ende, du und ich werden beide eine krasse Einschränkung im Kopf haben. Selbst Sonderschule wird uns nicht mehr annehmen. Wallah. Wallah, Ende dieses Zitat. Wir können nicht untereinander leben. Dein Hack ist bei mir, mein Hack ist bei dir. Und wir werden arrogant auch seinen Hack geben. Was für Hack, ich fick euer Hack. Also, die Haftel, hör doch damit. Oh, Alter, bitte. Bruder, wir wollen bei seinem Geld, Tivo. Wir müssen klären. Bruder, du hast auch was. Sag, was für Hack, größte TikTok-Bettler, Betrüger. Was für Hack. Was für Hack, größte TikTok-Bettler, Betrüger, 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 Betrüger. Ich will aufhören. Bester Mann, bester Mann, Arugate, bester Mann. Wollah, der liegt. Wollah, lass uns noch einmal sitzen, wegen unserer Hack. Dieser Hack müssen wir klären. Hack, Hack soll bei dir rein, Ibrahim, Assalamu alaikum. Hack soll in dein Haar schreien. Leute, du kannst dich vergleichen mit der Einsteigung gerade. Oh, da wird niemand aufhören. Das Handy ist komplett nass, die ganze Hülle ist nass. Jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Was laberst du da? Was macht Verlierer? Weil du hast vier Sieg-Serie. Ich habe sieben. Verlierer gibt dem anderen, wenn wir uns sehen sollten, richtige Schelle. Also der Verlierer bekommt einer, der Gewinner das austeilen. Ich bin kein Frauenschläger, kann ich nicht. Ich bin einfach frech zu dir vorher. Ja, trotzdem, dann gebe ich woanders Scheinen. Okay, Kopfnuss, Kopfnuss. Barelli, ich habe ein Problem, mein Handy geht nicht mehr an. Guck mal, was passiert ist. Da musst du das in ein Kabel rein tun und gleichzeitig bei Dings drücken. Aber es ist komplett nass, ich habe es auf dem Balkon vergessen. Guck mal, die ganze Hülle ist nass. Was? Legen, legen, Reis, Reis, Reis. Ja. Scheiße. Reis zieht das alles weg, diese Wasserhülle. Ja, oder in Salz, ne? Ich weiß es nicht, Schneider, warum? Dankeschön, Fritt. Ähm. Ah, wie Dankeschön. Was hast du heute gemacht? Äh, nix. Mit einem Mascara live gewesen. Was bedeutet das Wort? Mascara bedeutet... Pfff. Wie kann ich das in kleinen, Leute? Mascara ist so, so lächerlich. Mhm. Komisch. Hm? Schmeiß das weg. Ja, Leute, dann... Ich habe ja dann gar kein zweites Handy mehr. Was soll ich da machen? Das geht nicht mehr an. Stimmt, Salz geht in alle Lücken und so, ne? Hm. Wollen wir uns treffen? Was kaufst du da? Hier, deine Rose. Hier, ich mache meine Zähne sauber. Diese sind bei Ihnen wo rein. Keine Namen hier. Dina, Rico, danke. Mach die Rosen früh, Leute, komm. Jetzt ist er rosenvoll, rosenvoll. Komm, Leute, mach die Rosen früh. Robert, mach sehen. Danke für Rosen. Weiter. Weiter, Leute. Leute, worum wartet hier, Leute? Mach die Rosen früh. Ja, du machst eigentlich nie Urlaub? Nein, voll ja zusammen, wallah. Bist du schon mal geflogen? Ja, von Kostow nach Deutschland. Einmal nur? Einmal nur. One-Way-Ticket? Yes. Und wie war das? Hattest du Angst? Äh, nein. Nein. Aber früher hatte ich keine Höhenangst und so. Jetzt habe ich Phobie und so, wallah. Jetzt habe ich Angst vor Höhen. Wirklich? Ja, früher war ich ganz easy. Aber jetzt, wenn ich sowas sehe, habe ich Angst, wallah. Weil ich habe Angst, ein kleiner Fehler, ganze Film geht weg und so. Früher hatte ich nichts zu verlieren, jetzt geht ganze Film weg. Je mehr du besitzt, desto mehr hast du Angst. Deswegen, die Präsidenten und so haben immer Angst, dass die sterben. Deswegen, nehmen die, nehmen die. Äh, was nehmen die, ja? Was nehmen die? Die nehmen alles Mögliche, wallah. Würdest du mit Privatschab fliegen? Nein. Ich mache es selbst zu fahren und so. Jetzt habe ich Angst, nachdem ich einen Unfall hatte und so. Ich riskiere mein Leben nicht. Würdest du auch keinen Führerschein mehr machen wegen dem Unfall? Hä? Hörst du zu? Ja. Was habe ich gefragt? Sag nochmal. Dankeschön für die ganze Zeit, ihr Sitzen. Dankeschön. Ich probiere das gleiche. Ich denke die ganze Zeit an Illuminati-Ritualen. Weil die haben mich erniedrigt und so, damit ich hier bin, wo ich gerade stehe. Die haben mich erniedrigt. Illuminati und so. Wer hat mich erniedrigt? Illuminati? Illuminati, Illuminati. Die erniedrigen dich. Was haben sie gemacht? Alles Mögliche mit mir. Hat dir das ein bisschen gefallen? Nein. Aber man gewöhnt sich. Hat es eigentlich schon was? Hast du Angst? Hast du Angst? Illuminati. Nein. Vor was hast du Angst in deinem Leben? Vor Allah nur. Vor sonst gar nichts? Wo siehst du dich um 10 Jahren? Unter der Erde. Meinst du? Als Legende, ja. Mit natürlichem Tod oder mit du wurdest umgebracht? Ich wurde. Meinst du wegen Fitna? Wegen, wegen Hate. Wegen Neid. Wegen Hämmer. Sparelle muss auf Flasche sitzen. Du hast verloren. Musst du für die auf Flasche sitzen? Ja und sagen, aha, igli. Bis zwei. Aber auf Dose, auf Dose. Weil Flasche ist viel zu spitz. Auf Dose. Du hast ja eben auch gesagt, dein Kranz tut ein bisschen weh. Von diesen Chili Chips. Wie heißt das? Hot Chip Challenge da, ne? Redest du aus Erfahrung gerade? Nein, du hast doch, du warst doch eben bei mir im Live und hast gesagt, so Nuni, helf mir. Ich hab ein bisschen brennenden Anus. Ich hab noch nie diesen Chip gegessen. Ich weiß es nicht. Was nicht, das kann ja noch werden. Probier mal. Nein. Das ist nichts für mich. Danke fürs Freude. Danke fürs Freude. Ich zeig dir ein Bild. Kennst du diese? Ja, kenn ich. Das ist Illuminati. Das ist der Iblis. Iblis ist der Anführer vom Teufels. Es gibt, es gibt der Iblis. Der Iblis ist der Mächtigste von ihren Teufeln. Kennst du das? Äh, was denn? Ne, was ist das? Warte, lass mich noch kurz erklären. Ich erkläre dir, was das ist. Erzähl. Das ist der Iblis. Der Iblis ist der Anführer von allen Teufeln. Und so diese Shaiatins und so. Und der Iblis nimmt Leute auf, die Leute zu ihr führen. Zum Beispiel gute Sänger mit guten Stimmen. Deswegen ist das alles Haram. Zum Beispiel. Guck mal, ich erkläre es dir. Leute, Sänger, die gute Stimmen haben. Iblis braucht die. Dann gehören die zu Illuminati. Gehören die zu Illuminati. Weil das ist der Anführer. Und die bringen solche Leute, damit Menschen mehr Musik hören, damit Menschen mehr Haram machen und so. Und die wollten mich auch nehmen, weil ich Fitten auf TikTok mache und so. Und ich kann eine gute, äh, ich könnte eine gute, gute, gute Dingsart für den sein und so. Ich bringe Menschen zu ihrer Führen. Und dafür geben die mir viel mehr Aufmerksamkeit. Die geben mir mehr Geld. Die lassen mich scheinen und so, damit ich mehr glänze und so. Die wollten mich auch haben. Wie haben die dich kontaktiert? Die wollen, äh, also ich war hier, ich war hier, ne, mit einem, der war Freimaurer. Der war Mason und so, ne. Er hat mit mir geredet und so, hat mir ein Buch gegeben, was ich durchlesen sollte. Ich hab nicht komplett durchgelesen. Ich hatte keinen Bock drauf. Und dann halt, hat er gesagt, ich kann dich langsam, langsam dazu bringen, aber du hast Potenzial, du könntest eine gute Marionette für den Iblis sein. Ich hab gesagt, nein, ich kann nicht und so, aber so heißt, ne. Und warum willst du das nicht? Also, was ist jetzt? Hallo, Ümit. Warum möchtest du das nicht? Warum möchtest du das nicht machen? Ich kann das nicht, ne. Ich bin nicht dafür geeignet und so, ja, weil ich bin Mosken. Alhamdulillah. Leute, ich mein es ernst, ich mein es ernst. Ich mach nicht Spaß. Wie haben die dich jetzt kontaktiert? Die stammen einfach da? Durch Kontakt und so, ne. Ich kann nicht erzählen, durch wem. Wallah, wenn ich euch erzählen würde, durch wem, Leute, das alles gekommen ist, dann würde auf ihr Leben nicht mehr klarkommen, wer mit Illuminati zu tun hat. Aber ich hab mich abgewendet, ich hab mich abgewendet. Ich kann das alles nicht. Hast du Angst vorm Teufel? Nö. Ich lasse die Teufels auf Flasche sitzen. Ich nehm niemanden ernst. Glaubst du, der Teufel ist böse oder gut? Böse, böse. Er ist das Schlimmste. Er wurde verflucht von Allah. Bis zum Tag des jüngsten Gerichts hat er gesagt, ich werde Menschen zu ihr führen. Okay. Warum? Hast du Angst vorm Teufel? Nein. Warum? Der Teufel ist auch nur eingefallener Engel. Teufel soll bei dir reingehen, Noni. Ist schon. Ehrlich jetzt? Schrei, deswegen bist du auch Single und so. Viele checken das nicht und so. Es gibt Frauen, die sind Single für immer. Die nehmen keinen Mann und so, weil die ein Pakt, Pakt bedeutet, die haben ein Pakt mit Teufel. Die sind zum Beispiel zehn Jahre oder bis zu 45 Jahre alt. Die schließen einen Pakt mit dem Teufel. Die dürfen nicht heiraten und so. Aber dafür wird Teufel die glücklich leben und die werden Gelder haben und so. Ohne Witz, Leute. Ich meine es ernst. Ja. Hast du diesen Pakt geschlossen mit Teufel? Ich darf nicht darüber sprechen. Hast du mit Baphomet geredet? Mit wem? Baphomet. Nein, da habe ich nicht geredet. Habe ich nicht geredet. Er hat versucht, durch Kontakte mich zu kontaktieren. Hast du es abgewehrt? Ja. Dankeschön. Ich habe abgewehrt, abgewehrt. Du brauchst keine Angst mehr. Jeder glaubt ja an irgendwas, ne? Ja. An was bist du denn gläubig? Bist du Teufelsanbeterin? Nicht wirklich Anbeterin, aber ich glaube nicht, dass was Schlimmes ist. Du, ein großer Teufel tut Gutes. Tut dir was Gutes. Leute, der hat einen Pakt geschlossen mit dem Teufel. Ich weiß das. Ich sehe das. Ich kann Gin sehen. Marvelo, danke. Deswegen ist es Single, Leute. Bis 45 wird sie Single sein, Leute. Ich kenne die Rituale. Aber du hast nur noch ein halbes Jahr, Borello. Was? Ist nur noch ein halbes Jahr. Dann bin ich 45. Die Leute kennen sich nicht mit Ritualen aus und so. Wenn ich euch ein Buch posten würde, Leute, die liest ja ganze Ritualen und so, Leute. Die hat Ritual, Ritual gemacht. Du 45, nein, Leute. Das ist natürlich nicht Spaß. Borello, hast du mein Video gesehen? Mein neues, was ich hochgeladen habe? Auf Instagram oder TikTok? Junge, du postest viel, wenn der Tag lang ist. Ivona, Pablo, danke. Danke, danke. Ich mache die Rosen. Leute, Rosen, 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 Rosen. Aber mittlerweile braucht mich nichts mehr, okay? Nein. Ich wollte nur deine Meinung dazu wissen. Weil da sind sehr starke Diskussionen. Meine Meinung soll auch bei dir reingehen. Ich guckee. Ja, danke. Aber da sind sehr leid. Ich guckee. Ich guckee. Ich guckee. Ich guckee. Ich guckee. Ich guckee. weiter das ist der masker nimmt nicht an ich versuche die ganze zeit was soll das was denn was ja wo bist du denn dann gerade bei rello was gibt es hier und ein mann bist du auch eine frau und du bist meine mann seite bist du ich kenne dich seit sechs jahren du bist singe eine frau die idee wie heißt diese diese wirtschaft frei mir hier mehr ich kenne dich hier maya steht da ist mir ja nur mei ich bin keine mia ich weiß nicht wo du deutschkunde als jemals gar nicht über maier und adrenokrom reingezogen ich bin vor einem minuten 1 sekunde live adrenokrom ist heute das könnt ihr wirklich auch mal erzählen wer sagt die beide ich kenne dich also nun ist meine ex freundin aber die teufelsanbieterin geworden habe ich sie verlassen und maya ist eine boxerin die du bockst nicht wie sie kann gut kämpfen pass auf dass sie dich nicht in die finger bekommen barello und hat ich glaube die boxt dich um ich glaube du hast keine chance hast du für barriere kampf gesehen oder noch nicht ich habe er ich habe es gesehen trotzdem ich habe gewinnen ich habe so gekämpft aber ich habe gewinnen er hat gegen engel gewonnen fühlt sich immer noch jünger das ist egal ich habe gewonnen ich habe nicht verloren du hast verloren und redest du über mich ok ich kann deutsch du kannst kein deutsch aber ich habe erwartet was ist wenn ich mich zählen weil man was gesagt mit jedem den ich spinn Den musst du auf den Kopf treten. Warte, warte, stopp. Wenn jemand dich in Schutz nimmt, der wird dich ausfragen. Oh, der war stark. Wenn du den Schutz nimmst, tust du auf den Kopf treten, übertreib mal deine Lage nicht. Nein, Baillow übertreibt nicht. Nein, ich darf nicht. Guck mal, die Runde wird jetzt wieder lächerlich. Das ist wieder eine lächerliche Runde. Ich wollte mit euch ernst reden, dass ich das kläre mit euch. Und es ist der... Was hat er gesagt? Hey, Baillow, du bist voll in Wissach, Wallah. Hey, Junge, was hab ich falsch gemacht? Wallah, immer ich. Ey, nicht Almu annehmen, nicht Almu annehmen, ne? Der schickt ganz Zeit oder so, Hasan, irgend so welche Leute. Bitte nicht annehmen. Ich geb denen keine Sicht mehr, kein Fame mehr, keine Plattform, nix. Ich bin selber nicht Fame, ich bin ein Stück Scheiße, aber das, was ich habe, geb ich denen nicht, Wallah. Dann schick mir Anfrage. Nein, nein. Hey, Magomed, warum hast du Azadi mit Polizei gedroht? Ich bin in seine Stadt, Bruder, der kommt nicht. Aber warum drohst du mit Polizei? Ich hätte dich ja nicht erwartet, dass du mit Polizei arbeitest. Bei Allah, ich hab nicht mit Polizei gedroht. Ich bin in seine Stadt, ich bin in seine Stadt. Aber Azadi ist mächtig, Junge, pass auf, wenn er kämpft, Wallah, der kann gut kämpfen. Der kommt nicht, Bruder, ich hab gesagt, ich habe Anzeige gemacht, komm hier, ich bin in seine Stadt. Junge, der Bruder, Junge, der Bruder von jungen Familie, abdien, 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 abdien. Magomed, Magomed. Mach keinen Fehler darüber, das ist ernst zur Sache, Borello. Der ist gekommen, der in mein Onkel ist kein Mann. Er ist Udo, sagen die Leute. Er ist Udo. Magomed, 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 du bist Fake-Chicina. Du bist ein Fake-Chicina. Du bist kein Chicina, du bist Fake. Ey, Wallah, das geht so weit. Ey. Was? Ey, Harun Wallah, du traust dich. Ey, Ansage an Magomed. Ansage an Magomed. Oh mein Gott, was hast du ihm gesagt? Bei Allah, was hast du ihm gesagt? Ich meinte, Fake-Chicina. Er ist kein Chicina, er ist Fake. Er ist Fake-Chicina, Fake. Keiner kennt ihn, er ist Fake. Sechstausend, sechstausend, fünfhundert Menschen. Gas geben, Wallah. Jeder, der Gas gibt, wird auf ... Ey, Magomed, wie redet er, Wallah. Ey, Harun, entschuldige dich. Ich finde ihm alles gut, mach Geld, bitte. Entschuldige dich, Harun. Harun, jetzt komm. Miss you, danke, Azadi, danke. Du übertreibst seine Lage, ja. Wo hat Azadi, hat mehr Rosen, ist das der echt Azadi. Wallah, das ist der echt Azadi. Bin ihm gefolgt. Oh mein Gott, Azadi, der mächtigste Boxer, was ich je gesehen habe. In einem Jahr ist er, geht als UFC direkt. Wallah, miss you, danke, du ihren Mann. Leute, jeder, der Gas gibt, wird Insta gepusht mit 50.000 Storyviews, Wallah. Junge, reicht mit 50.000 Storyviews, Wallah. Warhello, ich will einmal mit dir bei einer Insel sitzen, wo keiner ist, auf einer Yacht mit dir über Brot trinken, über Geschäfte, Wallah, Minoliere werden, Wallah. Diebtags führen, Wallah, diebtags führen, wo keiner zuhört, nur du und dich. Wallah, Wallah, ja. Und dann Ibo soll noch dazukommen, mit Ibo Dreier Deep Talk. Und, und, und Ibo hält diese Umbrella, diese Schirme und so, damit keine Sonne auf uns kommt. Ja, und dann, wenn das Absolutely heiße mache ich in sein Gött. A Screen Danke, miss you, danke.